Mama, Papa, euer Sohn ist totaler Assi! MINIROCK 2010! Seine Mutter! Was geht ab? MINIROCK! Und genau da sind wir heute für euch. Auf dem MINIROCK-Festival in Horb am Neckar. Das ist irgendwo im tiefsten Schwarzwald, fragt mich nicht. Hier sehen an zwei Tagen 8.000 Leute, über 20 Bands. Die Headliner... The Sounds... The Sounds! The Sounds gestern... Über brutal geile Frauen, ey. Jonassi, einfach weil die cool sind. Oh, weil die geil sind. Sieht super aus. Super Sänger. Jonassi! Fettes Brot! Was weißt denn du von Liebe? Von Liebe weißt du nicht! Du hast meine Gefühle! Mal wieder aus, geht's nicht! Lass die Finger von Emanuela! Lass die Finger von Emanuela! Bevor fettes Brot aber am Samstagabend das Festival mit ihrer Show beendeten, war das Minirock vor allem eins. Eine riesengroße Party bei besten Festival-Temperaturen. Erzähl mir mal, wie du die Zeit rumkriegst, bis die Bands spielen, die du sehen willst. Also eigentlich sitzen wir nur den ganzen Tag hier chillen und trinken unser kaltes Bier. Ja, mit viel Alkohol und Jung. Ich trinke Bier und mache irgendwelche Frauen an und sage Hallo, hallo, hallo. Saufend, sei jetzt Spaß machen! Und auch sehr geil, wer keinen Bock hat, die ganze Zeit nur saufend auf dem Zeltplatz zu sitzen, bis die Bands anfangen zu spielen, der kann sich bei einem Dodgeball-Turnier die Zeit vertreiben, funktioniert ein bisschen wie Völkerball. Letzten Endes geht's nur darum, die gegnerische Mannschaft zu festes geht, einfach nur abzuschmeißen. Seit jetzt sechs Jahren gibt es das Minirock-Festival. Organisiert wird's von einer Gruppe von Schülern und Studenten, die das Ganze nebenher in ihrer Freizeit machen. Ziemlich coole Sache, finden auch die Festivalbesucher. Es ist voll geil! Ich find's super, schön klein, familiär, überschaubar, sehr chillig alles. Es ist total cool, ich genieße es total, das Wetter ist total geil. Und wir waren heute im Neckar Baden. Und da ist auch egal, dass das Minirock mit etwa 8000 Leuten zu den kleineren Festivals gehört, der normale Festival-Wahnsinn findet durchaus auch hier statt. Letztes Jahr waren wir im Neckar Baden und ein Kumpel, als die zwei von da drüben haben, auf dem Brett geschissen und zwei den Neckar rein, das fand ich eigentlich ganz cool. Freit euch ihr Küsten! Du kannst keine einzige Sekunde verwenden, was ich erzähle. Alles was du erzählst, ist wundervoll. Freit euch sehr! Jetzt ist sie da und sie liebt Bier, sie liebt Bier ohne Scheiße. Sie hat hier oben die Suppe schon leer getrunken. Guck sie an, sie hat in mein Bier gekackt. Hat sie hier oben, siehst du? Guck sie an, sie hat in ihr Bier gekackt. Sie hat in mein Bier gekackt. Irgendwas müssen wir mitnehmen von dem Fest. Ich mein, so ein Hut oder so nimmt der jeder mit. Ne, lass uns ein M auf den Arsch brennen. Ich hab das Fleisch zischen gehört. Wenn ich nur dran denke, ich bekomme eine Gänsehaut. Nur eine Sache wundert mich halt wirklich. Wir sind hier auf dem Minirock-Festival und niemand scheint einen Minirock anzuhaben. Ich glaube, ich muss mich mal umschauen. Ich hab gestern einen Minirock getragen, aber leider, ja, ich kann ihn nicht zweimal das gleiche tragen. Hab ich probiert, aber ich halte nicht viel von einbeinigen Hosen. Ich bin schon so schick genug und dann hab ich den Rock. Hallo? Das kann ich nicht machen. Ich hab keine so schönen Beine für einen Minirock. Vielleicht zeigen wir mal deine Beine, oder Julian? Ich find, das sind ziemlich schöne Beine. Trau dich, beim nächsten Mal trau dich. Mach ich. Alles klar, nächstes Jahr. Okay, letzten Endes ist auch einfach scheißegal, ob mit Minirock oder ohne Minirock. Beim Festival hier geht's darum, ein paar geile Bands zu sehen, viel Spaß zu haben. Und dann kann ich euch sagen, das kann man hier in Horst sehr, sehr gut. Du kannst das doch nicht den Familien zeigen. Das geht doch nicht. Dir gucken doch vielleicht Kinder zu. Das ist doch scheiße. Ne, also pass mal auf. Uh... ... ...